Guten Abend des Tages. Handwerker fliegt links auf der Startbahn 1 gegen die Kloser Gäste und Regen auf der Bahn 2. Noch denke ich mal links und gleich aufhören die Trümmelschläge. Man kann sehr gut aufpassen wie Sekroni stecken, weil das Wasser steckt. Und die Verweist machen ziemlich gut aus. Es ist etwas jung und ich denke, man hat ein großer Teil Erfahrung. Für diejenigen, die die Strecke noch nie gefahren sind, sieht man nach 80 Metern, man hat es wirklich so, wenn man da ist. Das erste Ende des Tages. Das erste Ende des letzten Jahres wird mit dem Kloser Gäste und Regen auf der Bahn 2. Das erste Ende des Tages Erstaatmet Eine Minute, eine Minute, eine Minute.